Schalt jetzt auch an und jetzt kriegen wir alle Copyright Strike. Yes! Nein, wir sagen ja nix mehr dazu. Ja, du kriegst ja kein Copyright sagen, wenn du darüber redest. Ich meine, wenn du das jetzt Sound da hörst. Nö, nö, ich hab's ja extra ausgemacht. Achso, den Sound. Achso. Ja, ich lass mal mit Sound. Wow, South Park! Okay, ich muss South Park gucken. South Park? Weißt du, South Park läuft in einer Minute, also geh ich erst mal. Tschüssi! Nein, Spaß bei dir. South Park läuft jetzt. Ja, gleich steht der drauf bei mir. Ja, bei mir läuft jetzt schon. Was guckst du dir an? Du bist ja in der Schweiz, in der Schweiz gibt es außer Gate, schönes Wetter auf verfrute Sendebeginner. Was guckst du dir auf, welchen Sender Schausflussgarten? Auf die Zentren. Deutsch, Österreich. Ich weiß, außer Schweizer Bauchiger. Ja, ich weiß, es gibt aber... Bitte nach rechts und nach links gucken. Es kann sein, dass da ein Auto kommt. Ja, klar. Wohl, WTF, dann gibt's keine Sender, oder? Auf Satelliten von der Schweiz weiß ich gar nicht mehr. Nee, die sind nicht. Achso, okay, dann deswegen nicht. Nee, weil ich habe Österreich und Deutschland. Ich habe normalen Anschluss. Bei mir steht, ähm... Renn da auch nicht so, du kleiner KK. Nick und CC, out. Out. Out für Austria. Und das ist normal für Deutsch. Nicht für Deutsch. Ich steche ja wild um mich zu. Komm her. Ey, pass auf. Ich will dich jetzt nicht rumkriegen. Und mich auch nicht. Oh, ey, pass auf, ey. Komm her, bleib stehen. Ey, bleib stehen, ey. Ey, ja, du tust mir sorry. Ey, ich gucke öfters nach hinten, weil ich auch manchmal der Meinung bin, dass uns ein paar Leute verfolgen. Tut mir sorry, ey. Ey, tut mir sorry, ey, komm. Verzeih mir doch mal. Wir müssen ein bisschen weiter da lang. Oh, das ist die Folge mit dem Hodenkrebs. WTF? BEEP! Alter. Ne, ne, das ist die Folge mit KFC vs. Dingsterbumster. Jetzt machen wir verschleichter Wurzel KFC. Nein, nooo. Ja, nur weil Daniele dabei ist. Jetzt machen wir wahrscheinlich KFC vs. McDonalds vs. Burger King, ne? Ne, bei mir ist nicht das mit KFC. Ne, stimmt. Alter, du hast recht. Was, ich? Ja. Ja, ich weiß, das war's mit dem Hodenkrebs. PIEP. Hat das zu spät ein Pieper macht, naja. Ein Cannabis. und der Faktor man hört man hört das ist auf zehn Prozent man hat gehört aber ich komme ob ich jemandem in den Nachschall oder nach Römer nachhalt Unterdrückung diese Funktion tritt bei nächster Aufnahme in Kraft wenn ich da hatte ich noch ja okay er hat mich noch gut Watt BG wieder Kassi KK Watt KK Watt Römer sie haben sie haben Wiener ich stelle mir schüttend Mario Hallo erstmal, ich weiß nicht ob das Husky ist, also ich heuch ein bisschen schlecht. Hallo, mein Name ist Gerhard. Ich trinke keinen grünen Tee. Ich trinke auch keinen grünen Tee. Wir haben hier blau Tee und gelb Tee. Frisch abgezappt. Abgezappt ist nur ein Pussy. Hey, jetzt kommt der schon wieder mit seinem Hust-Hust-Ding. Ja, also ich hab schon erzählt. Ja, ich hab schon erzählt. Achso, da hab ich schon erzählt. Aber ich sag mal, das war jetzt ne perfekte Vorlage. Du Sau. Ja, wohin renst denn du? Ihr wisst schon, dass wenn wir nachher Big Brick, dass wir die Waffen nicht mehr haben. Wer hat gesagt, dass wir Quick Force spielen? Ich hab gesagt, ich spiel nach Big Force. Ja. Ich hab auch mit Vatschi geredet. Achso. Wenn ich mitspielen würde, würde jemand anders mal aufnehmen? Ja, ich nicht mehr. Ich kann ja nicht, ich kann ja nicht, weil mir das Spiel immer sagt, nö, nö, weißt du, du kommst da nicht rein. Sorry, ey. Sorry, ey, aber du nimmst da nicht auf. Ey, der offene Programm bzw. der Brick Force sagt so zu mir. Ey, weißt du was? Du kommst da nicht rein. Du kommst da nicht rein. Warte mal. Tut mir sorry, aber du kommst da nicht rein. Also dort würden wir auch selbst Zeug was bekommen, aber scheiß Zombie verseucht. Ich mach mal Südpark aus und schau stattdessen Nordpark. Nordpark? Ich schneide ein Stück von deinem Arm ab und meistens ein Zombie sind. Äh, nein. Na gut, gehen wir mal weiter Richtung Ziel. Player Boy. Sag mal, ist immer noch die Pussy-Aufstände? Ja. Oh Gott, was? Du Suppenhuhn, hast keine Chance gegen Player Boy, du KFC-Hähnchen. Nein! Oh Gott. Also mir fiel so ein, ich hab jetzt ja auch nen Kommentar hingelegt, also innerhalb von zwei Minuten, dreihundert und mehr Klicks bekommen. Ich hätte theoretisch die aktuelle Folge von, ähm, hier von Bordy raufnehmen müssen und das dann reinpacken müssen. Da hätt ich glaube über tausend Klicks. Ne, hättest du nicht. Hätt ich wohl. Ne, hättest du nicht, weil der Typ den Kommentar hinterlässt, weißt du. Ne, ich hätte, ich hätte nix extra aufgenommen, wo ich sage, ey, du Pussy. Da hättest du nix gebracht, du. Ja, das haben aber manche andere auch gemacht. Das hättest nix gebracht, du. Das tut mir sorry, ey, aber der bringt nix. Das bringt nix. Das bringt nix. Das bringt nix. Das bringt nix. Weißt du, der bringt nix. Das tut mir sorry, aber ne. Sorry. Wir müssen mal extra so, eben so mal, und Spiele aufnehmen und ganz nah so reden. Was? Ohne Mist jetzt. Ohne Mist jetzt. Weißt du, jeden Tag muss immer so was machen. Ja, da komm, jetzt hör mal auf, wenn ich die Scheiße. Na ja, ne, ne. Ohne Mist jetzt. Ich bin ja gleich anfangs auf Schweiz Deutsch rum zu flämen oder was? Ja, okay, komm, mach ma. Ne. Ja, sag, was soll ich sagen? Micht dich, ich. Wollen wir, hey, wollen wir eh erst mal die Flugzeuge, eh, das hier erst mal kapern und gucken, ob es was Gutes gibt? die Fliegel er soll ich sagen ja alles an die ich für die Regiebieter er hat meine Schauer ja erkennt die Stelle die Dahljahr das Flugzeug geschrottet es tut mir leid sagt nur mal Bescheid das heißt was soll ich auch nicht vom Messer-Kollegen Kollege ich bin zufrieden ich bin besser die Kollegen Ja, was soll ich jetzt auf Schweizer Deutsch sagen? Hallo, mein Name ist Vaci. Wow! Ja, fang erst mal so an. Das hier ist Vaci. Vaci hat so eines gedacht, wenn... Ne, wie, was soll ich... Hallo, mein Name ist Vaci und ich hasse... Ist doch eh dasselbe. Die Nazi, so. Ne, 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 ist überhaupt nicht dasselbe. Ano-Oni... Ich habe해주 Steel nicht mehr. On-Nem-Oni... Okay, wir haben alle gehört was das heißt on-nemen. On-Nem-Nem-Nem, ne. Norma-Nem-Nem-Nem-Nem-Nem, ha цент Ev民 Neden. Wenn man einen lohnen Ort, wenn man einen bisschen mehr geht teuren. Wege einen soen Tranki? Ich finde perché Lust, ich spreche fazer단, dolor sie, dass immer wieder zufangen. Pech, du dirilst. Einfach ein Problem. Ich glaube, er ist zu segmentieren. ich möchte die Schwestern vom Bieter er steht der Schwingtausende Jung Schwerdart läuft gerade der mit weißem Hemd ach du scheiße ich muss was Kostum umstellen die Zorniab-Kalypse beim Paragraphen O-O-O-O-O um es läuft ja gleich ich mach jetzt mal kurz mal ein kündiger Schleichwerbung ja nee 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 das im Ration Song Contest läuft gleich ich bin sorry aber das ist mir zu fehlen das ist mir zu fehlen ne da kommt auch beim Buschki rein und tut mir einfach sorry ey und tut mir einfach wirklich sorry da liegt da am Boden du hast den auch schon du kleiner Hosen also ne nix am Boden rum und meinst dich täglich nicht ja danke dir du für die Neufache ich bin mir sorry aber du musst du sterben mit mir zu zeigen aber das Messen das Messer in Kopf Messer in der Popo und rauswischen Du nimmst den! Hab ich dich hier trocken? Ja hast du Ja! Scheiße! Schuld, schuld, schuld! Tschuld, schuld äh brauchst du direkt verbinden Aya! Wie viel hast du? Verletzt! Aya! in der Eier abkommend die KF ich hab dich geheilt es war halt es tut mir vorliegen Partie übernimmt Eke Wendt das hat die er hat er in den Rücken ein Koffer von Koffer von Koffer von Koffer von Koffer von Koffer von Koffer ist er weiter weiter vielleicht gibt es ein gutes Glück haben wir auch Verbände wieder Branden Branden zu der Chang'e und Branden hier gibt's nur Rappen Gutes Lai Part die Marien bei Warte, mit, komm, mit, komm BAM 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 Scheiße hast du die? Nimm das Geld ein Mann mein Mann mein Mann Pro Eikene ich meinte ja unter der auch einer ja Fock mit V ich dachte schon du bist so nee nee sonst hätte ich schon geschrieben wir schreiben heute alle fuck mit V oder äh fuck mit BP namens Pussy ich will den. Ich übernimm's sehr gut. Oder wie er es gesagt hat. Theo. Gut, ich übernimm den hier. Wer hat das so gesagt? Er hat zusammen mit P. Theo. Ihr werdet wohl kämen, oder? Ja. Fuck mit P. Hab ich gar nicht mitbekommen. Puck. Puck. Gut. Ah, bin Schluckzeug. Ja, pass auf, vielleicht sind da auch ein paar Pombis. Achievement, Passagierquäler. Hab ich grad wiederbekommen mit F. Du, Quail, ist so eine falsche Schere zu? Ne, wenn du es nicht gemacht hast, ich hab ja einer im Flugzeug drin gehabt, der ja Flugangst hat. Und wenn du da die Herausforderung machst, dann reden die Figuren ja. Und da hab ich extra so gemacht, ob ich abstürze. Ich nehm das schon. Ja. Ja, ja, das nimmst du ja. Ja, ja. Das ist gut. Ich bin böse. Ich tut mir sorry, aber das ist mein Flugzeug, ne? Fahrzeugpapiere bitte. Achtung, waci. Fahrzeugpapiere. Von vorne. Fahrzeugpapiere. Oh, den. Ja, keine Ahnung. Am Flugzeug dort. So, der der Boden liegt, der aber schläft. Nein, 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 da hinten. Ne, ich bin, du. Ja, aber es kann jederzeit kommen, das da. Ja. Oh, superriegel. Dann mach ich eins gegen zwei, ne? Du mach ich eins gegen eins, weißt du. Eins gegen eins. Also, ich halte dir ein bisschen den Rücken frei. Eins gegen eins. Eins gegen eins. Hey, eins gegen eins. Draußen, heute Nachmittag. Um fünf Uhr Abend. Ne. Ich komm in den Stoff. Wir machen. Wir machen Kampf. Warte auf mich. Ja, ich suche mir nur hier schon ein paar Dinge. Wir machen Kampf gestern Abend. Wir machen unsere Kampf gestern Abend. Zehnger, du warst zum Zeх psychiatrictagen. Wooder 침H proced? Run,am. Running-gag. Ja, running, und... ... running-gag. Oh mein Gott ist das scheiße leer. Gut, ich finde das nicht so eine Scheiße leer. doch noch was da ist nun ich will den Hut haben Geronimo die Hütte bis den Schöne das Schöne nicht bis du die Hütte bis zu die Hütte der oder das gut das ist das Wort in der Hut müssen der Hobby gut die Wurzelt Prozent Batschie wie viel ertrinken aus der Garte Prozent sehr vieles ist was sie muss entweder Zivilisation wird der Tag war ich war durstet hier und abheben die Schild ab ich hebe ich hebe ich hebe ab und das macht ja so Spaß Spaß denn ich fliege mit meinem Flugzeug Gott das sind ja richtig viele Zombies Linder dir wo steht er fast keine siehst du nicht die liegen sind da viele Zombies Warte mal komm mal mit wir könnten am Rand vielleicht versuchen durchzukommen da sind gerade nicht so viele ich will aber abdruckt die Mittel ja dann stirbst du und dann haben wir ein Problem außer pass mal auf den Tower auf da könnten noch Sniper drinnen sitzen das ist jetzt gleich drin ja wenn du deinen langen Gewehr hast jetzt kämpft dann da man nehme ich auch mit auf dem Hock die ganze Zeit 3 Stunden ist ein Tausend ich will auf dem Hocken ich will jetzt nur zum Hocken mit sp sp court